Dieser Text wurde vom Bündnis für Gerechtigkeit zwischen Israelis und Palästinensern e.V. BIP zusammengefasst. Angesichts der mangelnden Berichterstattung zu diesem Thema hat Activism Munich e.V. entschieden, es heute zu veröffentlichen. Nach Angaben der palästinensischen Organisationen für die Rechte von Gefangenen Adamer befinden sich derzeit 670 Palästinenser in israelischen Gefängnissen in Verwaltungshaft. Dies ist die höchste Zahl, die seit der zweiten Intifada verzeichnet wurde. Die Organisation Adamer kämpft seit Jahrzehnten gegen die Verwaltungshaft und geriet dabei selbst unter Beschuss der israelischen Behörden. Sie wurde vom israelischen Verteidigungsministerium ohne Beweise als Terrororganisation eingestuft, siehe BIP aktuell 193. Ein Mitarbeiter von Adamer, Salah Hammouri, der französischer Staatsbürger ist, befindet sich seit März in israelischer Verwaltungshaft. Es wurde keine Anklage gegen ihn erhoben und er weiß nicht, ob und wann er freigelassen wird. Die französische Regierung unternimmt nichts, um seine Freilassung zu erreichen. Ein weiterer bekannter Gefangener ist Khalil Avavda, 40 Jahre alt. Avavda wurde im Dezember verhaftet. Seit über 150 Tagen befindet er sich im Hungerstreik und ist in kritischem Zustand in der Klinik des Ayalon-Gefängnisses in Ramle in Israel. Die israelischen Behörden versprachen Avavda, ihn aus der Verwaltungshaft zu entlassen, nachdem er 111 Tage lang gewesen war. Avavda setzte seinen Hungerstreik aus, merkte aber schnell, dass die israelischen Behörden ihn belogen hatten. Daraufhin nahm er den Streik wieder auf. Während des jüngsten israelischen Angriffs auf den Gaza-Streifen forderte der islamische Dschihad die Freilassung Avavdas und anderer Verwaltungshäftlinge im Gegenzug für einen Waffenstillstand, was die israelischen Behörden jedoch ablehnten. Die UN-Charta für den Schutz aller Personen, die sich in irgendeiner Form in Haft befinden, verbietet jede Form von Verwaltungshaft, aber das israelische Recht erlaubt es, den Sicherheitskräften Personen festzuhalten, ohne sie einem Richter vorzuführen. Israelische Staatsbürger können in schwerwiegenden Fällen bis zu 96 Stunden inhaftiert werden, ohne dass sie einem Richter vorgeführt werden. In allen anderen Fällen liegt die Grenze bei 48 Stunden. Wenn keine Anklage erhoben wird, muss der Richter die Freilassung des Inhaftierten anordnen. Palästinenser können jedoch bis zu sechs Monate lang ohne Anklage festgehalten werden. Die israelische Menschenrechtsorganisation PZELEM weist jedoch darauf hin, dass diese Frist keine Bedeutung hat, da die Verwaltungshaft immer wieder unbegrenzt verlängert werden kann. Einige Gefangene bleiben viele Jahre lang in Verwaltungshaft. In der Tat wird die Sechsmonatsfrist manchmal dazu benutzt, den Widerstand der Gefangenen zu brechen. Ihnen wird mitgeteilt, dass ihre Haftzeit beendet ist und sie dürfen ihre Sachen mitnehmen und das Gefängnis verlassen. Sobald sie jedoch einen Fuß außerhalb des Gefängnisses setzen, werden sie erneut verhaftet, um ihnen die Illusion von Freiheit zu vermitteln, die dann aber zerstört wird. Bis 2011 galten Palästinenser nach den israelischen Apartheidsgesetzen mit 16 Jahren als erwachsen und wurden strafrechtlich auch so behandelt, während Israelis erst mit 18 Jahren volljährig wurden. Im Jahr 2011 wurde das Gesetz geändert, allerdings nur auf dem Papier. Palästinensische Minderjährige werden immer noch inhaftiert und zusammen mit Erwachsenen in Verwaltungshaft gehalten. Die israelische Geheimpolizei argumentiert, dass sie gegen bestimmte Personen, die sie als Terroristen bezeichnet, keine Anklage erheben kann, weil sie dann die Beweise, die sie gegen sie hat, offenlegen müsste. Man würde damit die Identität von Kollaboratoren preisgeben, die die Geheimpolizei rekrutiert hat, um über ihre Nachbarn, Freunde und Familie zu berichten. Aus diesem Grund wissen weder die Inhaftierten noch ihre Anwälte, was ihnen vorgeworfen wird und wie sie sich gegen diese Anschuldigungen verteidigen können. In einem privaten Gespräch erzählte der ehemalige Kommandant des israelischen Militärgefängnissystems dem BIP-Geschäftsführer Shir Hever, dass in einigen Fällen die falsche Person verhaftet wurde, nur weil sie den gleichen Namen trug wie die Person, die die Geheimpolizei verhaften wollte. Da es keine Gerichtsverhandlung gibt, besteht keine Chance herauszufinden, dass es sich um eine bloße Verwechslung gehandelt hat. Untertitelung des ZDF für funk, 2017